Herzlich Willkommen hier bei Wheel of MMA zu einem neuen Porträt. Heute sprechen wir über Peter Njari, denn Peter Njari wird am 2. Oktober in Nürnberg um den Gürtel im Wheel of MMA Mittelgewicht kämpfen. Sein Gegner ist Leo Lauber. Und über Peter Njari gab es nicht nur den 60 Sekunden Fragenhagel und das Kurzinterview, sondern auch ein Video über seine Stärken. Also schaut auf jeden Fall auf YouTube und Instagram vorbei. Schaut euch diese Clips auf jeden Fall an. Aber wie kam Peter Njari eigentlich zum MMA? Und da muss man ganz klar sagen, Peter Njari trägt das schon in seiner DNA, denn mit 5 bis 11 Jahren hat er mit ihm Judo angefangen, denn sein Vater war ebenfalls dort aktiver Wettkämpfer und damit wurde ihm das quasi in die Wiege gelegt. Mit 12 Jahren hat er andere Sportarten und Disziplin begonnen und mit 2005 hat das Ganze dann mit Capoeira angefangen. Nachdem er bei einem MMA-Probetraining war, hat er sich 2012 direkt für MMA, BJJ und Thai-Boxen angemeldet. Das Ganze schwappte dann über und durch brasilianische Vale Tudo Videos und allgemeines Interesse am Kampfsport war das Feuer bei ihm quasi entfacht. Er selber sah seine Stärke bis vor 5 Jahren noch im Bodenkampf, aber mittlerweile fühlt er sich überall gut. Er selber sagt, es ist ihm egal, ob er im Stand kämpft, ob er im Ring ist oder auf dem Boden und das zeigt natürlich auch sein Background. Er kommt aus dem Tiger Warriors in Braunschweig. Dort wird sehr gutes Muay Thai gelernt und dementsprechend ist er im Thai-Boxen ebenfalls sehr stark. Seine Kampfforbereitung hat es auf jeden Fall in sich. 4-6 Mal die Woche trainiert er und neben dem Kampfsport trainiert er aber separat noch Kraft und Ausdauer. Macht dabei also zum Beispiel Laufen, Sprinten oder Crossfit. Solche Disziplinen eben. Den Titelkampf nimmt er aber wie jeden anderen Kampf. Das heißt, in dieser Vorbereitung läuft es nicht anders als in jeder anderen Kampfforbereitung auch. Nichtsdestotrotz trainiert er sehr, sehr viel und sehr, sehr hart. Angst vor dem Ring hat er nicht. Er sagt, es gehört ein gesunder Respekt dazu. Das ist auch wichtig, aber er hat aus seinem ersten MMA-Amateur-Fight gelernt, denn dort hatte er wirklich Angst zu versagen. Das hat seinem Gegner leichtes Spiel gemacht und seitdem konnte er das dann auch ausblenden, hat aber nach wie vor gesunden Respekt und persönliche Meinung von mir, das ist auch wichtig. Er bringt auch eine Message für alle junge Leute und auch alte Leute mit, die in den Käfig steigen wollen. Er sagt, man soll Ehrgeiz mitbringen und das ist ein langer Lernprozess wie in jeder einzelnen Kampfsportart. Also dabei ist es egal, ob du mit Boden anfängst oder im Stand. Bring Ehrgeiz mit und auf jeden Fall Geduld, denn von heute auf morgen ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Sein Ziel ist ganz klar, er will den Gürtel gewinnen und seine Message an seinen Gegner ist, ich mache es dir auf jeden Fall nicht leicht. Das ist doch mal eine Ansage und da dürfen wir auch gespannt sein, wie dieser Kampf aussehen wird. 2. Oktober, Peter Niari steigt in den Käfig und kämpft um den Gürtel im Mittelgewicht. Schaltet ein oder kommt live in Nürnberg vorbei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. 2. Oktober, Peter Niari.